Da sind wir wieder dabei! Bei Let's Play Lego the Movie, das Spiel. So, wo bin ich? Ich hab keine Ahnung, was wir da machen müssen. Ah! Okay. Ah ja, wir müssen da hoch. Ja, ich hab's, ich hab's. Was ist hier? K. Abriss. Typ. Abriss Typ, was? Was müssen wir da machen? Hä? Müssen wir den wirklich kaufen, diesen Abriss Typ? Ich will den nicht kaufen. Aber keine Menschen. Ah, hier, geil. Ja, gib mir den. Wien? Ah, geil bist du. Ja? Ja. Das war... Hä? Was machst du da? Okay, ja, aber... Und ich kann kaufen? Ich weiß nicht, kaufen wir das? Ja, sag mir eine andere Möglichkeit. Ah, ja, ja. Aha, okay. Aber ich kann... Ähm... Da. Oh, ganz viel Geld. Mann, ich hab schon wieder meinen Bohrer vergessen. Hey, hast du einen Bohrer dabei? Mein Freund hat seinen vergessen. Auf jeden Fall weiß ich, er ist irgendwo... So. Die Sicht ist gerade scheiße bei mir. Ähm... Du hast ein... Äh... Ein Ding. Ah! Ich hab's. Okay. Geh's. Kommst du nach, oder soll ich's alleine machen? Ja, ich komm. Komm mit sich hin. Ach so, wir sind so ein... Ah, in der Zwischenwelt. Wir sind gar keinem Level. Ich versteh's. Oh, gib mir das. Das wäre cool. Das wäre cool. Wenn der Eismann... So, die Treppe holt in dieses Gebäude, das wichtig aussieht. Wenn der Eismann... Wenn der Eismann... Wo sind wir? Wo bist du? Wo bist du? Okay, das ist... Ziemlich... Ziemliche Jump and Run Passage. Ach. So. Jetzt muss ich hier hochrücken. Genau! Wo bist du hin? Keine Ahnung. Du bist hin. Ach ja, okay. Doch. Dann ist es richtig. Weil ich weiß, dass ich am richtigen Ort war. Flucht auf Steinstadt. Stimmte Charaktere können... Hm? Okay. Batman. Batman. Guten Morgen. Oh Gott, der wird gefoltert! Wie hast du das Stück des Widerstands gefunden? Das Stück des... was? Das Stück des Widerstands. Das ist ein bisschen leise. Ist das möglich? Was ist los? Was ist los? Spiel nicht den blöden Meisterball. Nein, eigentlich nicht. Lieg mal! Ich mach dich fertig! Also ähm... Ich schau oft Polizeiserien im Fernsehen. Solltest du nicht auch immer... Solltest du nicht auch immer einen Gutenkrab geben? Oh ja. Aber wir sind noch nicht fertig. Hallöchen! Ich bin der freundliche Polizist von eben an. Möchtest du etwas trinken? Ach ja, das wäre nett. Fustekuchen! Die Überwachungskameras haben das dir auch. Du wurdest auf der Baustelle gesehen, wie du mit einem ungenotten Stück hattiert hast. Unverschämtheit! Und warum klebt es dir dann am Rücken? Ah! Mach das weg! Mach das weg! Mach das weg! Ich hab mir so reich mich! Ich zossen raus! Ab in den Schmelzraum, bitte! Der Schmelzraum! Ich bin nicht in den Schmelzraum! What?! Um Teufel ist... Weil ich beschwert sei, ich bin Emmett, der er einfach so liebt! Ich bin hier, um sie zu retten, Sir! So! Wow! Achtung! Wer, 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 wer? Da! Ja, ich schlag sie! Wir müssen uns um diese Roboter kümmern! Klar! Natürlich! Kein Problem! Kann nicht mehr machen! Ja, nie! Wie? Schlecht! Du baust ohne Bauanleitung? Sehr lustig, Sir. Sir, wir müssen diesen Raketenwerfer ausschalten. Dieser Laser... Ja, wie denn? Mach! Machst du das? Boom! Der Laser kann alle goldenen Lego-Steine durchbrechen oder zerstören. Der Laser... ...de die... Ich mache ein bisschen Sachen kaputt. Lass dich nur nicht stören. Das sind doch goldenen. Ja, das sind goldenen. Dann mach's kaputt. Aha. Sorry. Lass, lass, lass. Eine Seite aus der Anleitung. Halten wir Ausschau nach den anderen. Gute Idee, Sir. Wir können herausfinden, was da rein vorhanden. Hallo, H will ich drücken. Ah, ich halte nicht. Genau deswegen brauche ich sie auch. Äh, hier drin ist ein kaputter Stützbalken. Können Sie da bitte durchbohren? So. Soll ich das wirklich machen? Hast du das gesehen, wie ich das kaputt gemacht habe? Ich will nach Hause ein Geld holen. Unglaublich. Oh nein, sie kommen wieder. Ich will ihr das Geld holen. Da ist Geld. Okay. Ich mag Geld. Oh, oh, oh. Machen. Ich geh da hoch. Da kannst du hoch, ja. Ich nicht. Weil ich ein Mädchen bin. Äh, kann ich da nicht gehen? Wow, sie hat einen Keller-Move. Äh, komm. Ich versuche in den Raum da drüben zu gelangen, Sir. Ja. Was? Was war das? Ich brauche leider noch mal ihre Bohrkünfte. Äh, kannst du mir vielleicht helfen, da rauf zu kommen? So. Nichts passiert. Äh, das muss mir helfen, da rauf zu kommen. Du musst das Ding herunterschieben. Ah. Welches Ding? Das Ding. Wo ist ein Ding? Das Ding am blauen. Alter. Da. Das da. Ah. Jetzt. Ja. We build the city bau. Ja, ich will ja, aber ich muss erst noch da was. Hallo. Bist du kein Mais? Ah, doch. Was? Hallo? Ich komm. Komm, mach du. Was kannst du eigentlich nicht bauen? Kommen Sie rauf, Sir. Hui. Können Sie durch das Dach bohren? Ja, auch wenn ich letztes Mal dafür fast gefeuert worden wäre. Dach bohren? Und Hämmer. Da rein müssen wir. Wie? Nutze die Macht. Wie kommen wir da rein? Hämmer da rein. Ach so, ich verstehe es. Ja, wie? Ja, jetzt. Komm, hör rum. Nein. Doch. Nein. Hast du was gesagt? Nein. Hm, hab ich mich wohl verhört. Das kann ich mal. Rück. Mach da hinten das Teil da. Das da. Hinter diesem Fenster ist noch einer. Ach ja. Oh, Lord. Ich verpögele die da. Ich blazere. Ach, ich kann das bauen. Du kannst mich... Nein! Gut. Hallo. Ich will das bauen. Kannst du wieder bauen, komm. Komm. Ring! Äh, das ist bauen so. Hast du es kaputt gemacht, da schon nicht? Natürlich habe ich es kaputt gemacht, aber es ist offen. Wie komme ich denn da rein? Ach so. Hä? Nutze da deine Macht. Ja, ja. Kann ich nicht. Spiel doch noch ein Set. Aha. Ja, da. Soll ich ihn holen? Ja, wie holen wir das? Da rein springen. Ah, ja, doch. Mal sehen, wofür diese Anleitung ist. Okay, jetzt geht es gleich ans Bauen. Jetzt geht es ans Ein gemacht. Ah. Oh Gott. Du dich. Ich muss ich nehmen. Das da. Ja, ja, ja. Da. Das da. Ja, wie wähle ich aus? Ich kann das nicht nehmen. Drücke nach links. Nach links. Runter. Hab ich ja gemacht. Ich kann es nicht auswählen. 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 Ich verarsche. Wenn ich eben da. Ja. Ich kann es nicht auswählen. Hast du auswählen gedrückt? Ah, ah, ah. Okay. Oben. Ich will oben. Das da will ich. Ich nehme es sonst. Ich habe es genommen. Ich verstehe es ganz egal. Bö? What? Ah. Ich habe jetzt gebaut. Ich glaube, ich war das. Ich weiß es nicht. Eine Riesenleiter? Haben Sie die Anleitung richtig gelesen, Sir? Ja, habe ich richtig gebaut. Ich habe wie... Nun, dann klettern wir sie besser hoch, denn dort ist der Ausgang. Ich fahre aus. Ja, geh da hoch, du Idiot. Wie machst du? Alarm. 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 Ui. Ui. War ich schon doooobn? Ja. Es grüßt du mich. Es grüßt du ja, nennst. Sollten wir immer so machen. Oh Gott. Was? Was? Oh mein Gott. Was machst du da? Alter, was machst du da? Oh, ich verstehe es. Ich kann mich aber nicht dran halten.